Habt ihr eigentlich Bock auf eine Sendung mit der Maus? Fällt mir grad ein. Ist es eine Sendung mit der Maus oder ist es zu anstrengend im Stehen? Okay? Okay, Sendung mit der Maus. Das ist eine Spieluhr. Das ist auch eine Spieluhr. Das sind die gleichen Spieluhren, wie man so im Laden kaufen kann. Wenn es in einer kleinen Walze macht. Und hier kann man es aber selber lochen. Den Song. Und, naja egal wie das dann geht. Aber es ist im Prinzip das gleiche Ding. Und wenn man das zusammenklebt, dann ist das ein Loop. Das klingt man sonst aus der Disco. Da geht das anders an. Ich kann das hier simulieren. Das geht so. So ungefähr. Da ist das ganze Om School. Das zweite Stück ist von... Von vier Jungs aus Liverpool. Ich kann das mal sein. Ich bin ein Und all her words so kind, bring her on And she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time, doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes, you see nothing No sign of love behind the tears Cry for no one A love that should have lost ten years You want her, you need her And yet, you don't believe her And she says, her love is pink You say she needs you And in her eyes, you see nothing No sign of love behind the tears Cry for no one A love that should have lost ten years You stay home, she goes up She says that long ago, she knew someone But now it's a girl, she doesn't leave In my day breaks, in my nights There will be times when all the things she said Will fill your hands, you won't forget She says that long ago, she wants her In my day breaks, in her days